dann kann man sich auf eine spurweite auftreten. Ja, ja, ich verwende schon ein Original-Mikrofon. Kannst du mir bitte sagen, ich habe ja gehört, dass es ein Gateway auf Kanal 33 aktiv ist. Wie funktioniert das? Ja, das kann ich ganz einfach sagen, wie das funktioniert. Du gehst auf Kanal 33, rufst hinein, momentan ist glaube ich nicht so viel drauf, da sind glaube ich viel mehr, ein paar Kinder drauf. Und das wird dann von mir weg über das Internet auf 86 geht es in Deutschland, eins in Salzburg, eins in Klagenfurt und Wien übertragen. Also das geht alles über Kanal 33 bei uns lokal in Wien eigentlich. Die sind alle miteinander verbunden sozusagen. Das geht alles über Kanal 33. Und dafür bitte drei Sekunden warten, nicht immer gleich drauf drücken, sondern drei Sekunden warten. Da fängt dann, weil wie gesagt, die Geräte müssen erst abfallen und so weiter. Das geht alles über das Internet. Alles klar, alles klar. Ich werde dich mehr probieren. Na gut, ich war lange nicht unterwegs, also jetzt melde ich mich. Ich hoffe natürlich, Wetter passt, dass ich ja wieder mal ein bisschen portable machen kann. Oder standmobil, so wie jetzt. Ja, du lebt mir ebenfalls, wie gesagt, kein Problem. Heute ist es wenigstens relativ warm, ein schönes Wetter, ist auch Sonnenschein, also es ist fast mulchig, also immer sicher gerade, also einwandfrei. Also wie gesagt, es ist ja ein richtiger Frühlingstag. Gut, dann probiere es mal auf Kanal 33. Gut, dann wünsche ich dir einen guten Rutsch ins Neujahr, 73 und noch einen schönen Tag. Ebenfalls, Werner, also ich dir auch, ja, so einen guten Rutsch ins 2022. Und ja, bleib gesund und wir bleiben in Kontakt. Also 73 und 55 von mir, Station Dule. Okay, Dule, eben wie gesagt, Gesundheit ist wichtig. 73, tschüss, über Batschen. Tschüss. 4, tschüss. Vielen Dank.